Wiesenwirt überrascht Freundin mit romantischem Heiratsantrag auf dem Oktoberfest Ein Wiesenwirt hat auf dem Oktoberfest in München seiner Freundin einen emotionalen Heiratsantrag gemacht. Vor den Augen vieler Gäste kniete er vor ihr nieder und hielt um ihre Hand an. Die Freundin war sichtlich gerührt und kämpfte mit den Tränen, bevor sie schließlich freudestrahlend Ja sagte. Die beiden umarmten sich innig und wurden von den umstehenden Gästen mit Applaus und Jubelrufen gefeiert. Es war ein romantischer Moment, der die Stimmung auf dem Oktoberfest noch einmal zusätzlich anheizte. Der Wiesenwirt verriet im Anschluss, dass er schon lange mit dem Gedanken gespielt hatte, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Doch das Oktoberfest, mit seiner besonderen Atmosphäre und den vielen Menschen, schien ihm der perfekte Ort dafür zu sein. Die beiden verbrachten den restlichen Abend in inniger Zweisamkeit und genossen ihr Glück in vollen Zügen. Es war ein unvergesslicher Oktoberfest-Moment, den sie sicherlich noch lange in Erinnerung behalten werden. Das Oktoberfest-Moment, den sie sicherlich noch lange in Erinnerung behalten. Das Oktoberfest-Moment, den sie sicherlich noch lange in Erinnerung behalten. Untertitelung des ZDF, 2020